Heute gibt es alles was ihr euch vorstellen könnt. Einmal in ganz groß auf dieser Map in dieser Review. Jetzt geht es los. Und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen kleinen super tollen LS22 Map Verstellung und die Karte die wir uns heute anschauen ist die Waldstätten. Ich weiß einige von euch werden sagen das Ding ist ja schon ein paar Tage alt. Das ist absolut korrekt. Aber ich bin ganz ehrlich das Ding ist einfach so bombastisch voll dass ich mir das unbedingt mal anschauen muss und anschauen musste und ich mir gedacht habe dann nehme ich euch natürlich einfach mal mit weil es gibt schon wie angeteasert wirklich eigentlich alles was ihr euch so für einen LS22 vorstellen könnt. Wir haben zwei wunderschöne ausgestaltete Städte. Wir haben natürlich immens viele landwirtschaftliche Flächen dazu natürlich viele Höfe. Es sollen wohl fünf Stück an der Zahl sein. Wir haben einen verbauten Zug. Wir haben Autobahnen mit einem Autobahnkreuz die benutzbar sind. Wir haben einen schönen ausgestalteten Bahnhof und natürlich den dazugehörigen Zugverkehr. Wir haben Baustellen auf der Karte die ihr wo euch austun könnt. Wir haben eine Mine auf der Karte wo ihr ein bisschen was abbauen könnt. Wir haben Einsätze auf der Karte die verbaut sind und natürlich die dazugehörigen Feuerwachen, Krankenhäuser und Polizeistationen. Und wir haben auf der Karte natürlich auch ein Skigebiet wo ihr euch im Winter austun könnt und ein bisschen Spuren ziehen und Schnee wegräumen. All das gibt es hier auf der Karte und das werden wir uns natürlich in den nächsten Minuten noch ein bisschen detaillierter anschauen. Ja für mich ist diese Karte einfach interessant weil sie verdammt groß ist, weil sie einem verdammt viel bieten kann wie ihr jetzt gehört habt. Und die Karte für mich einfach interessant ist in Multiplayer Hinsicht, weil das wahrscheinlich die Karte sein wird, die bei uns auf unserem Community Server landen wird. Nach diesen ersten Impressionen hier würde ich dann sagen wir schauen zunächst mal in die Karte und fahren dann noch so punktuell ein paar Highlights der Karte ab. Dass ihr euch mal einen guten Überblick verschaffen könnt, auch dass ich mir einen guten Überblick verschaffen kann. Und ja dann werden wir auf jeden Fall alle sehr sehr viel Spaß haben. So dann schauen wir uns erstmal die Karte an und sehen dass es natürlich ein recht großes Ding ist, was auch schön zerklüftet wirkt auf den ersten Blick. Wir sehen viele kleine bis mittelgroße Felder, die sich aber natürlich gerade so wie sie liegen zu größeren Feldern zusammenfügen lassen und damit natürlich auch was bieten für unsere XXL-Mais-Häckselfreunde. Das sollte da gar kein Problem sein. Ansonsten haben wir wie gesagt diese beiden Städte, die auf der Karte verteilt sind, wo wir dann auch verschiedene Verkaufsstellen oder Händler oder sowas haben. Wir haben genau hier oben in dem Bereich eine Mine, sehen jetzt auch im Prinzip schon alle Trigger- und Verkaufsstellen, die es auf der Karte gibt. Haben dann hier im Norden die Zugverkaufsstellen, also die Zugmietstationen, so heißt es ja dann jetzt hier im 22er. Sehen hier die Autobahnen, die sich einmal am Süden und Westen entlang schlängelt. Ja, ansonsten haben wir verschiedene Farmhäuser, drei Stück, die zumindest einen Schlaftrigger haben. Wenn ich jetzt nochmal die Abladestation und die Tiere hinzuschalte, sehen wir, dass wir hier mal noch so ein paar Höfe haben. Auf die Höfe gucken wir nochmal an, das sage ich dann nachher auch nochmal ein paar Worte dazu, weil es ist ja ein bisschen eine spezielle Sache. Ansonsten, ja, viel, viel Fläche, viel Wald sehen wir und das alles in so einem hügeligen bis bergigen Gebiet. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, werden wir uns dann gleich noch genauer ein bisschen in Eindruck verschaffen. Zunächst schauen wir aber nochmal in die Feldfrüchte und Verkaufsstellen. Sehen also, dass wir hier bei den Standardfeldfrüchten doch einiges an Verkaufsstellen haben. Das sind so sechs, sieben Stück. Bei den Trauben ist es sogar noch einiges mehr. Wir haben ansonsten die Standardprodukte aus dem LS plus, ganz unten sehen wir halt noch Asphalt, Beton, Kalkstein, Kies, Sand, Zement, Fluss, Sand, Steinpulver, Mutterboden. Das sind halt dann die Dinge, die wir in der Mine abbauen können bzw. herstellen können. Produktionstechnisch muss man jetzt natürlich sagen, ist hier nichts super Spezielles verbaut, bis auf eben die Kalkproduktion und das Zementwerk, die dann quasi zu der Mine mit dazugehören. Ansonsten relativ Standard, Sägewerk, Zuckerfabrik, Schnaderei, Bäckerei, Spinnerei. Sachen, die ja im LS 22 standardmäßig dabei sind. Dazu kommen auf dem Hof eben noch so ein paar Pflanzenschutz- und Saatgutproduktionen sowie Schweinefutter- und Mischfutterproduktionen oder eben der Komposter. Genauso gibt es natürlich die Biogasanlage, die ihr auch befahren könnt. Alles in allem ganz, ganz passend, aber für die Größe der Karte würde ich sagen, sind die Produktionen doch schon recht übersichtlich gehalten. Und damit beginnen wir unsere kleine Rundreise einmal hier auf dem, so taufe ich es jetzt einfach mal, Haupthuf. Warum nenne ich das so? Weil hier einfach die meisten Dinge vorverbaut sind, mit denen wir ja interagieren können. Wir haben zum Beispiel hier den Komposter oder verschiedene Fördermittel- oder Düngeproduktionsmöglichkeiten. Also lasst mich auch mal darauf hinweisen, der Boden, der hat wirklich eine richtige 3D-Optik. Das ist super krass, das habe ich so echt noch nicht gesehen. Man kann jetzt natürlich sagen, das über den ganzen Hof so zu ziehen, ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben. Aber es ist auf jeden Fall eine super krasse und super schöne, super detaillierte Textur. Wir sehen also, werden wir uns hier einmal umschauen, dass wir überall irgendwelche Endlade, Belllade, Trigger haben. Irgendwo, ja, drauf zugreifen können. Hier auf dem Hof passiert wirklich sehr, sehr viel. Man muss aber sagen, ich bin, ist wieder eine persönliche Sache. Ich finde es nicht ganz so cool, weil doch, ja, die Sachen irgendwie, es harmoniert nicht so miteinander. Die Sachen sind einfach irgendwie so hingestellt. Klar kann man hier nicht so viele Details verbauen oder irgendwas. Weil die Karte einfach verdammt groß ist, dann kann es halt keiner mehr spielen. Aber es wirkt halt trotzdem alles ein kleines bisschen unharmonisch. Und dazu muss ich sagen, dass so ein Hof für mich immer irgendwas ist, wo ich auch ein Bauernhaus habe. Und das ist halt, hatten wir auf der Karte selten. Es gibt drei Stadtbauernhäuser. Da ist aber kein, sagen wir mal, kein schöner Hof dazu. Deswegen würde ich sagen, das hier ist so ein bisschen der Haupthof. Die anderen schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Haben hier auch überall teilweise diese Hörmannhallen verbaut. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch den, lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist der Komposter. Genau, kann das noch, ach nee, das ist der Pflanzenschutzproduktion. Ich meine, die Sachen, die sind schon nicht schlecht. Das ist schon alles ganz cool und das ist wirklich schön und absolut praktikabel und alles hergerichtet. Das hier müsste, glaube ich, der Komposter sein. Achso, den Komposter oder sowas, den habe ich bis jetzt noch auf keiner anderen Karte gesehen. Genau, der Komposter ist eine super, super coole Sache. Aber der Hof ist schon hier ein bisschen speziell. Bei den anderen hat man dann echt weniger. Und dazu muss ich sagen, sind mir persönlich ein kleines bisschen wenig Tiere, Tiergehege, Weiden auf der Karte verbaut. Aber wie gesagt, sind, ist einfach eine persönliche Meinung. Ein Hof, der dann nämlich zum Beispiel ein Bauernhaus verbaut hat, ist dieser hier. Auch hier haben wir wieder, lasst mich nicht lügen, ich glaube, das sind auch Hörmannhallen. Auch hier haben wir so einen 3D-Boden mit so einer Crack-Optik verbaut. Finde ich auch wieder ein kleines bisschen übertrieben, das so auf dem ganzen, auf dem ganzen Hof zu machen. Das sieht doch aus wie so ein Lava-Gebiet. Haben hier zum Beispiel jetzt eine BGA verbaut mit so Silos, wo man quasi von oben einfüllen kann mit einem kleinen Gewächshaus. Man muss halt ganz ehrlich sagen, es ist eine persönliche Sache, kann ich an der Stelle bloß nochmal sagen. Auch hier, wie das alles so miteinander abschließt, wirkt einfach so ein bisschen unharmonisch. Aber wir haben viel Platz auf der Karte, es kann jeder frei sein, sich frei fühlen, sich seinen ganz eigenen Hof zu bauen, die Sachen wegzureißen. Dafür ist viel Platz, dafür kann man die Höfe einfach zurückbauen und dann sollte das für jeden kein Problem sein. Eine spezielle Sache ist dann noch hier draußen ganz im Osten im Wald. Da haben wir so ein kleines, ja, so einen kleinen alten Verschlag, der zumindest auch einen Schlaftrigger hat da drin und einen Umkleidetrigger. Ansonsten bis auf die beiden Hütten ist hier nicht besonders viel. Wir haben einen kleinen Zufahrtsweg hier ins Grüne und da kann sich wirklich jeder komplett frei austun, wie er das möchte. Ist sicherlich auch eine interessante Möglichkeit, hier sein Gameplay irgendwie zu starten. Wir sind jetzt mal ein wenig außerhalb von den Höfen, beziehungsweise bewegen uns jetzt hier über diese Straßen und Felder mal zu einem meiner persönlichen Highlights auf dieser Karte. Aber zunächst auch hier sehen wir mal, die Texturen, die verbaut sind, sind wirklich echt richtig gut. Das spiegelt sich auch in den Straßen wieder, die unterschiedlich sind, aber trotzdem alle von sehr, sehr hoher Qualität. Auch hier links sehen wir jetzt zum Beispiel mal ein paar von den Feldern, die sich dann halt wirklich in, ja, in die Topografie, an den Hang hier anschmiegen. Immer wieder aufgelockert durch auch so ein paar Waldbiotope, wie wir hier links sehen, haben auch schöne Seigengräbe. Die Verläufe von der Straße sind sehr, sehr schön. Auch hier rechts haben wir jetzt mal so ein bisschen Waldgebiet. Ich lasse auch links unten immer die Karte an, dass ihr ungefähr seht, wo wir sind. Na klar sind die Waldgebiete hier einfach nicht so dicht wie auf manch anderen Karten, aber es ist eine große Karte. Das ist natürlich ganz klar, wenn hier einfach dicht an dicht die Bäume stehen würden oder der ganze Wald einfach viel dichter wäre, dann könnte das kein Mensch spielen. Das ist einfach so. Genau und damit sind wir auch eigentlich schon bei meinem geheimen Highlight der Karte. Und zwar sind das die Städte bzw. die Stadtwaldstätten an sich auf der Karte. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine detailreiche Stadt gesehen, würde mir jetzt auch im 19er nicht einfallen. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, mein kleines Highlight vom 19er, die Töking, kann da nicht so ganz mithalten. Wir haben hier überall die Schilder, es sind alle Gärten, sind ausgestaltet, die Straßen, die Fußwege, die Texturen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Wir haben hier vorne schon gesehen, der kleine Fluss, wo die verschiedensten Pflanzen verbaut sind. Auch hier wieder unterschiedliche Straßen und Brücken, die wir überall haben. Es sieht einfach richtig, richtig, richtig cool aus. Und wenn wir dann einfach mal die Straße durch das Wohngebiet hier weitergehen zum Beispiel, sind auch Bushaltestellen, überall diese Häuser mit den 3D-Fenstern, das wir da überall reingucken können. Zwischendurch immer mal ein bisschen aufgelockert durch ein paar Verkaufsstellen. Wir haben aber auch hier zwischendurch auch mal so ein paar freie Stellen, wie jetzt hier zum Beispiel eine Kreuzung, wo wir dann wirklich uns auch noch selber ein bisschen verwirklichen können. Und dann noch Verkaufsstellen, Produktionen, irgendwas in die Stadt integrieren können. Das ist ganz cool. Das sieht einfach, also man muss ganz ehrlich sagen, das sieht einfach sehr perfekt aus. Es sei an dieser Stelle nochmal gesagt, ihr könnt zum Beispiel auch hier mit den Kullideckeln interagieren. Zeige ich euch jetzt mal nett. Wer Lust drauf hat, lautet euch das Ding runter. Schaut mal selber nach, was ihr da noch entdecken könnt. Und auch hier, ja, wie gesagt, überall Bushaltestellen mit Fahrbuchten, auch wenn die auf den ersten Blick relativ groß wirken. Aber für Leute, die jetzt hier zum Beispiel ein bisschen Bus fahren wollen, bietet sich natürlich super an. Wir haben zwei Städte. Hier gibt nichts Besseres. Dann, ja, verschiedene Verkaufsstellen, die wirklich top in die Karte passen, sind auch Sachen, die ich so jetzt persönlich nicht kennen würde. Sondern es sind keine Standardsachen aus dem LS22. Das highlightet dann so ein bisschen in der Kirche mit dem Rathausplatz. Hier haben wir das Rathaus. Das ist alles begehbar. Also nicht alles, das Rathaus ist begehbar. Haben wir dann hier die Kirche mit dem Friedhof ringsherum. Ist wirklich absolut super schön ausgestaltet. Hauptstraßen, wir haben Verkehr, wir haben Menschen eingebunden, KI-Fußgänger, die sehr, sehr cool sind. Und, ja, als kleines Highlight haben wir dann überall auf der Karte natürlich, vor allem auch hier in der Ortschaft, ein paar Einsätze versteckt, die immer in so einem Symbol hier münden, euch angezeigt werden. Und wenn wir da reingehen, sind wir jetzt oben, können wir Einsatz aktivieren. Dann muss man sich manchmal ein kleines bisschen umschauen und sehen, zack, bumm, da hat es gekracht. Dann können wir jetzt mit euren Einsatzfahrzeugen von den Feuerwachen oder Polizeiwachen angerückt kommen und hier die Sache regeln, regulieren. Und dann könnt ihr das ganze Ding wieder ausschalten. Haben zum Beispiel hier drüben auch nochmal einen anderen Einsatz. Den schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Den Monstrationszwecken. Dann fackelt hier einmal die ganze Tankstelle ab. Ist wirklich sehr, sehr cool. Es gibt sehr, sehr viele von den Einsätzen über die ganze Stadt verteilt, nicht bloß über die ganze Map verteilt, nicht bloß in der Stadt, sondern auch weiter draußen auf den Feldern, auf den Landstraßen. Wenn ihr Interesse dran habt, schaut es euch, lautet euch das Ding runter, schaut es euch einfach mal an. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und richtig, richtig gut gemacht. Ansonsten haben wir hier im Norden der Karte noch das Zementwerk und die Kalkproduktion, die eigentlich auch sehr selbsterklärend funktionieren. Ihr baut dann an der angeschlossenen Mine einfach den Boden ab, kippt den da rein und könnt dann euren eigenen Zement, euren eigenen Kalk produzieren, beziehungsweise müsst erst Kalk produzieren und könnt daraus dann Zement produzieren. Die ganzen Maschinen stehen hier bereit und das ist im Gegensatz zu anderen Karten nicht mit Terraforming zu arbeiten, sondern das ist wirklich Schüttgut, was hier quasi verteilt ist, was ihr direkt so wegbaggern könnt. Und es steht euch natürlich frei, auch mit Terraforming zu arbeiten, aber ist in der Karte hier wirklich nicht notwendig und finde ich ganz, ganz cool. Also funktioniert ganz genauso, wie es im 22er immer funktioniert hat. Ganz ähnlicher Natur geht es dann auch hier im Norden, also in der nördlichen Stadt weiter, denn da habt ihr ein paar Baustellen auf der Karte integriert. Und auch da könnt ihr euch ein bisschen austun, ein bisschen buddeln. Teilweise sind die Sachen auch mit Einsätzen verbunden, egal ob da vorne an der großen Baustelle oder dann hier im hinteren Teil, wo es aufgeteilt zu ein paar kleinere Baustellen sind. Ja, könnt ihr euch austun mit sämtlichen Baufahrzeugen, die angerückt kommen, ein bisschen rumbuddeln, ein bisschen rumbauen. Ich denke auch dafür gibt es sehr, sehr viele Leute, die das relativ cool finden. Des Weiteren gibt es auf der Karte wirklich noch so viel zu entdecken, egal ob das dieser schöne ausgestaltete Bahnhof ist, mit dem Zug, den man natürlich mieten kann, um zu verkaufen oder ob das dann im Norden weiter das Skigebiet ist mit den Schneekanonen, mit der Gondel und den Sesselliften, die ihr nutzen könnt, um da irgendwas zu gestalten oder ob es natürlich noch die Städte sind, in denen ihr viel erkunden könnt und die Einsätze. Oder dann eben die dazugehörigen Feuerwaren und Polizeiwaren und das Krankenhaus, was ihr dann mit den nötigen Mods eben auch noch bestücken könnt und dann hier wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr individuell auf der Karte spielen könnt. Man muss halt ganz ehrlich sagen, dass man allein schon, um die Karte zu entdecken, was hier alles möglich ist, wirklich Stunden verbringen kann. Und das müsst ihr nicht allein, weil die Karte eben so groß ist, könnt ihr das auch wirklich mit recht vielen Leuten machen und da ist wirklich für jeden genug zu tun auf der Karte. Gut, was gibt es dann jetzt schlussendlich zur Wahlstätten zusammenfassend zu sagen? Es ist auf jeden Fall der absolute Wahnsinn, wie detailreich so eine große Karte sein kann. Das ist schon echt überwältigend und da fällt mir jetzt auch im 19er keine Karte ein. Die da irgendwie ranreichen könnte. Des Weiteren lässt die Karte natürlich wirklich wenig übrig, wenn es darum geht, die Spielmechaniken des LS22 auszunutzen. Wir haben, wie gesagt, über natürlich die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weidewirtschaft, Baustellen, Minen. Wir haben Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienste auf der Karte. Wir haben ein Skigebiet, wir haben Zug verbaut, den wir nutzen können. Ja, sogar eine Autobahn, die wir im Prinzip nutzen können. Von daher lässt da die Karte wirklich sehr, sehr wenige Wünsche übrig. Wenn ich jetzt persönlich für mein Befinden was bemängeln will, muss ich sagen, das sind für mich die Höfe. Die finde ich nicht so toll ausgestaltet. Ich hätte es da schöner gefunden, hätte mal einen Hof gemacht, der, sagen wir mal, ein bisschen detaillierter wäre und hätte bei den anderen Höfen so ein bisschen Platz gelassen, sich selber weiterzuentwickeln. Aber hey, die Karte ist groß genug. Jeder, der sich einen eigenen Hof bauen will, kann sich da natürlich frei irgendwie entfalten oder auch einfach irgendwas wegreißen und komplett neu bauen. Deswegen ist das wirklich bloß ein ganz, ganz kleines Manko. Durch die Größe der Karte und die Felder, wie sie gelegt sind, ist es natürlich auch was für unsere XXL-Mais-Häckselfreunde, die hier definitiv auf ihre Kosten kommen. Des Weiteren bietet sich die Karte natürlich für Multiplayer an. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt kaum eine Karte ein, auch aus dem 19er, die für ein großes, schönes Multiplayer-Spiel mit vielen Leuten, mit seiner Community besser geeignet wäre als diese Waldstätten aus dem 22er. Und deswegen bekommt die Waldstätten von uns auch eine Wertung von 85,1 und reiht sich damit ganz knapp auf Rang 3 ein bei uns aktuell. Und umgerechnet sind das vier Sterne. Dann soll es das mal hier von dem Review von der Waldstätten gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein kleines bisschen Appetit machen, wenn ihr mehr Infos braucht. Links und weitere Beschreibungen unten in der Beschreibung, deswegen heißt es Beschreibung. Ansonsten bleibt uns gewogen, schaut hier auf dem Kanal vorbei. Wie gesagt, wir machen uns jetzt ran, die Waldstätten mal bei uns für einen Community-Server ein bisschen einzurichten. Wenn ihr da Interesse habt, kommt gerne auf den Discord, gebt Bescheid, wenn ihr mitspielen wollt. Ja, ansonsten bleibt uns gewogen, schaut viel anderen Spaß hier auf dem Kanal an, schaut mal bei einem Stream vorbei, würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, habt ein schönes Restwochenende und eine schöne neue Woche und alles schön überhaupt, was man sich so wünschen kann. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.